Brabantias New Eigen Treteimer sind in vielen schönen Farben und Größen erhältlich. Dieser 3 Liter Treteimer ist perfekt für das Badezimmer und die Toilette. Das Pedal lässt sich leicht bedienen und der geruchsdichte Deckel schließt langsam und leise. Die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel haben ein Farbcode-System. Der Farbcode steht innen in Ihrem Brabantia Abfalleimer, damit Sie immer die richtige Größe wählen können. Verwenden Sie für diesen Abfalleimer die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel mit praktischem Zugband in der Größe V. Die Müllbeutel lassen sich einfach unsichtbar anbringen. Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz lässt sich leicht säubern. Der rutschfeste Kunststoffboden bietet höchstmögliche Stabilität und schützt den Fußboden vor Beschädigungen. Dieser New Eigen Treteimer hat einen Inhalt von 3 Litern. Er hat einen Durchmesser von 16,8 cm und eine Tiefe von 23,5 cm. Bei geschlossenem Deckel ist er 26,4 cm hoch und geöffnet ist er 41,1 cm hoch. Der New Icon Treteimer ist in vielen Farben und Größen erhältlich. Er ist für die tägliche Benutzung entworfen und hat 10 Jahre Brabantia Garantie und Service.